Endlich Endlich kann ich auch so fliegen Endlich kann ich auch so fliegen Du kannst hier noch andere Dinger machen, ne? Sag ich doch grad Den normalen, da siehst du keinen Ender Airbottle, das sieht voll geil aus, ja Boah, wieviel von den scheiß Viechern sind hier denn die ganze Zeit? Ich auch keine Ahnung, wird mich traurig So, ich mach mir jetzt gleich auch mal Flügel Welche? Kann auch noch, irgendwelche mit dem Netherstar Achso, das ist also das, die Angels machst du dir Mach die Dragon-Dingens da So Hier sind viel zu viele von denen So, ich würd die Dragon machen, Dragon sehen am besten aus Nein, ich möchte aber die Butterfly Wischung des Butterfly Gibt kein Butterfly Sag mal, es gibt irgendwie nur Feenflügel Es gibt Invisible Äh, Fie, äh, Featherly Keine Ahnung Feen Hm? Giraffen und Golden Na, die Feen will er sich doch passen Ja, ich mach da jetzt extra die Feen Na dann Ach, deswegen brauchst du den Dingens? Na Was? Muss ja an Russen nehmen können, ne? Was denn? Hm, größer Kopf Ich hab jetzt drei Was ist? Ja War eigentlich Gesundheit, du ruhen Danke für den Platz Ist noch so hell Am stirb Und Suckel Danke schön Ich bin so unfassbar schnell, ne? Brauch ich nämlich das Olle Jetpack nicht mehr Ja Das hat mich richtig abgefuckt Sag mal so, ich verbrauch das für Mana, dass ich fliege, aber Ich gar nichts Creativefly, einfach so Fliegen, ja Aber ich mein, bei Tentus Matos auch Sinn, der macht halt den Den Mod Ich mein, da sollte man das auch benutzen Ja Hallo, ich würd auch ME-Dinger nehmen ME-Bügel Ja Irgendwelche Rohstoffe aus dem MME System, die spawnen immer wieder Weißt du zufällig, was die Blacker Lotus macht? Die was? Die Blacker Lotus Achso, ich brauch hier die Ingots Kann ich mir mal zwei dieser Unstable Ingots machen? Centus Hast du da noch zwei von Centus? Ich hab noch Nuggets, da kannst du an mein Safe gehen, du kommst hier ran Ist schon wie die anderen Wie muss ich die Dinge nochmal herstellen? Keine Ahnung, was ist das Äh Gold Nuggets Ich hab doch da Alter, hier sind immer noch so paar Wixis Alter, die, alter Aua Ich sag's ja, da sind viel zu viele noch Ich glaub wir müssen übertrieben mit dem Ja Diese Grise ne So, was muss ich jetzt, wie mach ich die denn? Ganz normal wie du Ingots machst Ach, hier sind doch schon zwei, Ingots Ja, ich weiß Ja Habt ihr jetzt gegrabt Grabt hast du die? Haut ab, Pixies, Alter Warum sind die denn so weit außer? Ja, aber die alle rumfliegen jetzt Okay, dann haben wir halt schöne Feen Jaaaa Weißt du was die sagen müssen? Hey, listen Das wär was Listen, listen Centus, listen Listen, Centus, listen Nein, ich hab gesagt nicht Nein, die müssen einfach sagen Weil kennt ihr den Film Ja, ist der Film nochmal Movie 43 Nee Für wollt, da ist halt eine, so Die haben zwei Teile, steht da für, also dieser Teil vom Film Erstmal hat der eine Bruder einen Kobold gefangen Und den Bruder geschenkt Dann haben die einen Top Gold von dem Kobold bekommen Und dann, äh, der zweite Teil des Geschenk ist, äh, eine Märchenfee Aha Und die Märchenfee bist du Ja, genau Und diese Märchenfee, äh, bläst ein, ein für, äh, Kobold Gold Ehh Was guckst du eigentlich für Sachen? Ja Alter, die zeigen nicht Chill mal Ja, trotzdem Das ist angenehm Viele, äh, Kurzfilme, zusammengeschnitten Trotzdem, was guckst du eigentlich für Sachen? Der ist voll geil der Film Ach Ja, so geil Wie heißt dieser Film? Ach Was? Wie heißt der Film? Movie for the viewer Jetzt hast du was beigebracht Ubi 43 Der ist voll witzig Chillt mal Du bist bescheuert Chillt mal Gibt's nicht um Netflix, Mann Awww Jetzt kann ich wissen, was es auf Netflix gibt Ne, das will ich auch nicht wissen Ähm Erwecken Ne Ah, auf Grundlage von Moogle 43 Wird mir Breaking Bad vorgeschlagen Und Borat Ja Und der Kopf aufs Kopf Was? Das ist natürlich auch was für dich Netflix, dein Algorithmus ist kaputt Oder betrunken Er ist auch so betrunken wie du meinst du Ich glaube er ist betrunken Ich glaube er ist betrunken Als wir im Lateinlehrer und im Bordlehrer von unserer Schule gesaufen waren Ja Nein Also wie immer Ja Jetzt muss ich mal dieses Weibeln anschließen Fuyu 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 Ähm Spring Garagentor Ja Ich hab falsch geschrieben I Geil Geil Autsch 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 Boah du nerfst du Drecksvieh Die Das heftig ne Können aber auch ganz schön nerven Die Fall Knights nerven Ja So Was geil ist Nee Ich hab keinen Schaden genommen Okay Hey man kann den Enderdrachen wiederbeleben Hui Sieht da toll aus Nice Steht zwar nix in der Wiki aber Come on Aber das sieht scheiße aus Ja ich muss mal eben Mit den Löchern lauten Glaub ich war das Ja ja genau Wollt ihr noch mit dem Cabin da was machen Essen ein bisschen fertig Essen ist nicht wohl So wir können das so machen Guck mal so LOL Naja sieht ein bisschen komisch aus Egal Sie sind ganze Fische an einem Kopf Wollte ich machen Kann ja ruhig so bleiben Ähm Baubeutel 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 Mit welchen Husus sind wir eigentlich noch hier Hä Black hat doch grad gelöftet oder nicht Ach VTF war das Hast du noch Cabin da Blocks oder mussten wir welche machen Stell welche her Kann doch noch sein dass welche mit mir sind Ach da sind ja welche Boah da sind ja ganz viele Ach da sind ja welche Ah ich hab ein paar vorher gemacht Sehen können auch ein paar sein Haben wir 1 2 3 Ich brauch die eher weniger Hier Ich komm wieder runter die scheiß Tür So Portale hab ich da 4 Stück sind da ne Wo In der Portalwelt Kann sein Kann sein 20 Stück bauen insgesamt von den Dinger Kann ich ja sie sagen So das ist schon mal abgeschlossen der Raum Ähm Ja Die brauche ich dann noch Die brauche ich dann noch Oh mein Gott Bin ich Portalwähig Ah Weil man kann die einzelnen Türen öffnen Ja Ah ich hab grad die Toll So mach Ah ist ein bisschen verviert aber ich glaube Little bit verwirrt Und das bist du immer Ne Doch Adrian Hitler Adrian Er ist grad weggegangen Der ist grad weggegangen Der hat doch gerade den Song gemacht Na meine Löwenkinder Lass dich jetzt ans Beleidigung an Ja Ich zeig dich jetzt an wegen Amtsbeleidigung Amtsbeleidigung bist du behindert? Adrian Ja Ja er ist behindert Ich hab hier nen Sound für dich ne Erkennst du den wieder? Keine Angst dass es nicht geben Mal geschützter Sound Ich weiß welcher Sound das ist Noch grad Oder? Hör mal zu Kennst du den Sound hier? Bist du sicher dass das nicht GEMA geschützt ist? Nein oder das Lied wo das Sound drin verwenden wurde Ok Kennst du das? Adrian Nö 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 Ok warte ich schick dir Aber trotzdem lass den scheiß Tede Ja komm du hör noch nix passieren wenn der sagt nicht GEMA Ja und? Ist egal Der Vogel kann sich auch irren Ein Sound kann nicht GEMA geschützt sein Hörts Maul Ein einziger Sound Eine Note es ist so Es ist auf dem Keyboard grade eine Note Du weißt ja trotzdem weißt wie YouTube ist Jaa Dumm Ja Klop Ja ist so so meine Stimme ist GEMA geschützt Jetzt habt ihr Problem Hörts Maul Ach komm ich hau dich einfach Da meine Faust ist in deinem Gesicht dann auch geschützt Ja guck Gleiche Oh man Äh Painting Wie heißt denn dieser Sound? Nö Bibliocraft wollte ich nicht Knitze mit Java Marinade Java? Die heißt Java die Marinade Jaaaa Na brauchst jetzt auch erstmal 4 GB RAM damit du schmeckst Ich bin so dumm Hä das fragst du dich ernsthaft? Ich hab gesagt du bist so dumm ich hab mich das nicht gefragt Ja 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 Jetzt läuft Black schon wieder Ach man ihr verraspig alle chilli äh vertraut dich noch nicht Ja, Black Dumpkin ist es noch da.